Leute, das wollen wir jetzt mal machen. Wir gucken jetzt mal live rein in Denny's NNC hier. Uff, alle Fenster verschoben. Ich mach euch gleich noch ein bisschen Sound. Und jetzt streame ich Denny's Stream. Das ist nicht ne witzige Sache. Da ist Denny! Yay! Ist das nicht lustig so? Erlös doch mal, ja wirklich wahr du. Sollen wir live in meinem Stream gleich Denny's Game Reset machen? Jaaa, Diki, alle hallo. Okay, wir machen, ich mach gleich in meinem Stream Game Reset. Ich hab die Quali hier extrem runtergeschraubt, wie ihr seht, aber geht grad nicht anders mit meinem Internet. Ich hoffe, der Denny ist mir nicht böse, dass ich das jetzt mach. So, was schreiben wir denn mal? Ich will mal was lustiges schreiben. Ich will mal was machen. Aber er ist noch gut gelaunt, ne? Er ist noch gut gelaunt. Also nach 16 Stunden 42 Minuten wäre ich nicht mehr so gut gelaunt. Es ist ja Tradition, ne? Mittlerweile. Ich hab seine letzte NEC um 3 Uhr irgendwas beendet. Und der Hendrik ist da. Yes, das war's. Komm die Uhrzeit hier. Müssen wir noch mal machen, ja? Ja, ich hab ich... Es tut mir so ein bisschen im Herd zu mir, das gleich zu machen, ne? Also muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bis zum Endboss warten soll, oder nicht. Mal gucken. Schau mal nochmal. Ah, ich will nicht Talha triggern jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Pazif... Ne, einen Pazifist kann ich jetzt nicht nochmal reinhauen, ne? Ich glaub, ich hätt die Talha dafür. Aber, ne. Ne, das kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann ich einfach nicht machen. Ja, in der Halloween-Woche gibt's übrigens wieder jeden Tag in dieser Woche ein Horror-Game auf Twitch, äh, Twitch sag ich schon, auf YouTube. Horror. Da freu ich mich drauf. Hey. Wie damals, wie in alten Zeiten. Seit 10 Uhr gestern Morgen spiel ich diesen Scheiß drauf. Ich kann's aber nicht. Er ist durch, er ist echt durch. Der Wetter bis zum Ende. Ja, ich seh grad, ich seh grad. Ist noch ein bisschen. Und es wird der letzte Durchlauf sein. Also, jetzt kommt's nur darauf an, gewinne ich die NDC oder nicht. Wenn's ein Reset kommt, dann hab ich verloren. Aber es gibt halt keinen Durchlauf mehr. Tja, ich verrate euch, dass Denny wird verlieren. Denny zieh noch am Ende mit meiner Kraft. Aber nach 17 Stunden darf der das, oder? Kann er mir sehen, weißt du? Oh, der ist ganz schön laut grad. Ich hoffe, der ist mir nicht böse. Wenn ich ihn streame grade, ne? Aber ich denk mir, das geht schon klar. Wenn er sich bei Patrick freut, dann bei dir auch. Haaa, ich weiß nicht. Er kriegt auch Herzen dazu. Haaa, scheiße! Da. Das ist ein Kack. Oh, der Nudel schreibt mir so laut. Ja, Nudel, weiß ich nicht. Was schreibst du mir gerade? Kann ich das anzeigen lassen? Wie viele Teile hast du? Oh. Das ist so komisch. Ich will gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass es jetzt gleich zu Ende ist. Aber er wird ja eh. Er hat ja gesagt, er hört jetzt eh auf, ne? Entweder so oder so. Ich find's schön. Er hat immer noch 22 Zuschauer. Das um die Uhrzeit. Das gefällt mir. Find ich ihm. Ich freu doch grad, das nach 8 Stück hier grade zu gucken. Oh, 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 oh. Ah, fuck! Dieses Scheißlevel! Soll ich ihn erlösen oder will man nicht? Warte mal, ich guck mal, welches das ist. Wo ist er denn? Ne, danach kommt noch das braune. Ne, bleh. Ne, bleh. Ne, bleh. Ja, ich hab 16 Karte. Ich hab's ja. Ich kann theoretisch noch zwei Dice raushauen. Ne, das war jetzt noch. Aber, ne, ne. Er klickt auch gut gelaunt. Ja, ich find auch, ich find echt für fast 17 Stunden ist er echt mega gut drauf. Ich wär's nicht mehr. Vor allen Dingen immer wieder das gleiche Spiel. Immer wieder. Ich wär vor, du musst 17 Stunden lang immer das gleiche Spiel spielen. Ich könnt das nicht, ehrlich nicht. Das würd mich fertig machen. Ich würd das Spiel aus dem Fenster schmeißen. Ja, würd ich auch machen. Ich würd's auch machen. Ich würd's so hart aus dem Fenster schmeißen. Ah, ich glaub, wenn er das Level geschafft hat, Mario, dann irgendwie selbst. Ja. Ah. Ich will, ich will, ich will, ich will ihm das nicht anschauen. Oh, trau mich nicht. Es tut mir zu leid. Guck mal, wie viel Spaß der arme Junge hat. Ich kann das nicht, ey. Es tut mir wirklich leid. Er wird mich gleich hassen. Ich muss nur noch Enter drücken. Die Spannung ist zu groß. Die Spannung ist wirklich zu groß. Die Spannung ist wirklich zu groß. 17 Stunden. Schauer. Was hat denn der da? Hat der hier sein Deni Daddl Button oder was? Ein Popup-Schutz? Deni Daddl? Will ich auch haben. Sehr cool. Ja, ich kann die Qualität leider grad nicht herstellen. Er sagt, das macht mein Internet nicht mit. Ich steckste. Ach, Fick, Fisch. Pst, Language! Der hat doch nur noch 5 Leben. Ich kann doch jetzt nochmal... 4 Dice könnte ich reinhauen, ne? Ja. So müsstest du dir die Welt nochmal machen. Ne, vom letzten Speicherpunkt. Danke für das Bitti-Bitt-Bitt-Bitt. Ah, das ist dein Bitti-Bitti-Bitt. Ach so. Ein Cheer. Noll. Kenn ich gar nicht. Ist neu jetzt. Wahrscheinlich wegen Halloween, oder? Der Bitti-Bitt-Bitt. Der Bitti-Bitt. Ach, mein, der Kopfhörer runter. Bringst du mal aus der Brühe raus, du Kacka. Deni, Deni, ich hoffe du siehst es noch. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Du hast dich gut geschlagen. Tsch Tsch. Und... Dankeschön. Danke für die letzten 15.000! Ich bin nicht böse. Ihr seid pleite. Aber habt gewonnen. Deswegen haben wir alle was davon. Okay. So. Er freut sich. Er freut sich, oder? Ich hoffe er freut sich. Das war's. Mit der NEC 2020. Wahrscheinlich das letzte Mal auf diesem Kanal. Was, warum denn? Das ist Sinn der NEC Hendrik. Naja, er hört mich ja gerade nicht. Jetzt steht die Cuts auf. So, wir haben knapp 17 Stunden voll gerührt. Ah, war schön. Mit Donkey Kong Country 3. Ich kann das Spiel nicht mehr sehen. War echt nice. Danke fürs Mitmachen, fürs da zahlreiche Dabeisein. Es hat Spaß gemacht. Divinity hat den letzten Reset gehauen. Ja, wie schon beim zweiten Mal vor einem halben Jahr. Das tut mir leid, Danny. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame. Ja, das war's, Leute. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich habe den Danny zerstört. Es tut mir wirklich leid, Danny, falls du es noch anguckst. Ich bedanke mich jetzt auch noch bei den anderen, die noch schön drangelegen sind. Wir haben jetzt 3 Uhr. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ich weiß nicht, ob Danny jetzt morgen streamt. Ich habe nicht aufgepasst. Wenn nicht, sehen wir uns morgen mit dem Danny in Chat. Bei mir geht's Montag weiter, 19.30 Uhr mit Aria. Horrorspiel. Und gut, das bleibt gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So.